Die beiden Räder Einstmals verweilte der Erhabene zu Benares im Wildpark Isipatana. Da sprach der Erhabene zu den Mönchen, ihr Mönche. Herr und Meister erwiderten die Mönche dem Erhabenen. Und der Erhabene redete also. Es war einmal ihr Mönche ein König mit Namen Patshetana. Und König Patshetana, ihr Mönche, sprach zu seinem Wagenbauer. Heute über sechs Monate, mein lieber Wagenbauer, werde ich eine Schlacht schlagen. Kannst du mir wohl, lieber Wagenbauer, ein paar neue Räder machen? Gewiss kann ich das, Herr, sagte der Wagenbauer dem König Patshetana zu. Da brachte der Wagenbauer ihr Mönche in sechs Monaten, weniger sechs Tagen, das eine Rad zustande. Und König Patshetana sprach zum Wagenbauer. Heute über sechs Tage, mein lieber Wagenbauer, wird die Schlacht stattfinden. Ist das paar neue Räder fertig? In diesen sechs Monaten, weniger sechs Tagen, Herr, habe ich das eine Rad angefertigt. Wirst du mir denn, lieber Wagenbauer, in den sechs Tagen auch das zweite Rad anfertigen können? Gewiss kann ich das, Herr, sagte der Wagenbauer dem König Patshetana zu. Da machte der Wagenbauer ihr Mönche in sechs Tagen auch das zweite Rad fertig, nahm das paar neue Räder, ging damit zum König Patshetana und sprach zu ihm, Hier ist das paar neue Räder fertig, Herr. Nun sage mir, lieber Wagenbauer, zwischen jenem Rade, das du in sechs Monaten, weniger sechs Tagen angefertigt hast, und diesem Rade, das du in sechs Tagen angefertigt hast, Was ist da für ein Unterschied? Ich kann keinen Unterschied erkennen. Ein Unterschied, Herr, ist doch vorhanden. Wolle der Herr sich von dem Unterschied überzeugen? Da ließ der Wagenbauer das Rad rollen, das er in sechs Tagen angefertigt hatte. Wie er das rollen ließ, lief es, soweit der erhaltene Antrieb reichte, und dann ließ er das Rad rollen, das er in sechs Monaten, weniger sechs Tagen angefertigt hatte. Wie er das rollen ließ, lief es, soweit der erhaltene Antrieb reichte, und dann blieb es stehen. Man hätte denken können, es wäre an der Achse befestigt. Was ist nun der Grund, mein lieber Wagenbauer, was ist die Ursache, dass jenes Rad, das in sechs Tagen angefertigt ist, wie du es rollen ließest, gelaufen ist, soweit der erhaltene Antrieb reichte, und sich dann im Kreise herumgedreht hat und zu Boden gefallen ist? Und was ist der Grund, mein lieber Wagenbauer, Was ist die Ursache, dass dieses Rad, das in sechs Monaten, weniger sechs Tagen angefertigt ist, wie du es rollen ließest, gelaufen ist, soweit der erhaltene Antrieb reichte, und dann stehen geblieben ist? Man hätte denken können, es wäre an der Achse befestigt. Das Rad, Herr, das in sechs Tagen angefertigt ist, dessen Radkranz ist voll von Verkrümmungen, Fehlern, Unreinheiten. Und seine Speichen sind voll von Verkrümmungen, Fehlern, Unreinheiten. Und seine Narbe ist voll von Verkrümmungen, Fehlern, Unreinheiten. Und wegen dieser Verkrümmungen, Fehler und Unreinheiten des Radkranzes und der Speichen und der Narbe ist dieses Rad, wie ich es rollen ließ, gelaufen, soweit der erhaltene Antrieb reichte, und hat sich dann im Kreise herumgedreht und ist zu Boden gefallen. Das Rad aber, Herr, das in sechs Monaten, weniger sechs Tagen angefertigt ist, dessen Radkranz ist frei von Verkrümmungen, Fehlern, Unreinheiten, und seine Speichen und seine Narbe. Und wegen dieser Freiheit des Radkranzes und der Speichen und der Narbe von Verkrümmungen, Fehlern, Unreinheiten, ist dies Rad, wie ich es rollen ließ, gelaufen, soweit der erhaltene Antrieb reichte, und ist dann stehen geblieben. Man hätte denken können, es wäre an der Achse befestigt. Ihr meint nun vielleicht, Ihr Mönche, der Wagenbauer damals sei irgendein anderer gewesen. Das müsst Ihr nicht glauben, Ihr Mönche. Ich selbst war damals jener Wagenbauer. So war ich damals, Ihr Mönche, kundig aller Verkrümmungen und Fehler und Unreinheiten des Holzes. Jetzt aber, Ihr Mönche, bin ich der Heilige, Höchste Buddha und bin kundig aller Verkrümmungen und Fehler und Unreinheiten des Leibes und der Rede und der Gedanken. Wo nur immer Ihr Mönche einer nicht frei geworden ist von den Verkrümmungen und Fehlern und Unreinheiten am Leibe und an der Rede und an den Gedanken, die fallen von dieser Lehre und Ordnung nieder und zu Boden, wie das Rad, das in sechs Tagen fertig geworden ist. Und wo nur immer Ihr Mönche einer frei geworden ist von den Verkrümmungen, die bleiben fest stehen in dieser Lehre und Ordnung, wie das Rad, das in sechs Monaten weniger sechs Tagen fertig geworden ist. Darum, Ihr Mönche, müsst Ihr Euch üben, indem Ihr denkt, wir wollen uns freimachen von allen Verkrümmungen und Fehlern und Unreinheiten an unserem Leibe und an unserer Rede und an unseren Gedanken. Also, Ihr Mönche, müsst Ihr Euch üben.